Kapitel 9, Plan B Oh, das Ding rast direkt auf Gotham City zu. Superman, kannst du mich hören? Superman! Hallo! Sperr mal deine Superohren auf! Ich werde dein Gesicht umbauen und dann sieht's voll hübsch aus! Nein! Was ist denn bloß mit der Erde passiert? Die ist überhaupt nicht mehr kein Quadrat nicht! Unser Planet war noch nie quadratisch, Pizarro. Auch nicht flach, oder... Du willst mich wohl veräppeln, du Lügenbeutel! Okay, äh, äh, ich vermute, dass du von mir hören willst. Du hasst mich. Luthor und der Joker sind Partner, weil sie die Erde zerstören wollen. Sie haben die Ecken abgerundet, damit sie, äh, äh... Die Kugel in ein unglaublich großes, schwarzes Loch bohlen können. Wahaha! Luthor und der Joker tun unserer Welt weh! Sie machen die Welt hässlich! Bizarro, du kannst mir dabei helfen, die Bösen aufzuhalten. Komm in unser Team! Werde unser Freund! Oh, du tust dich wohl für ganz besonders bescheuert halten! Das zieht bei mir nicht! Luthor und der Joker sind große Helden! Bei dem ist Hopfen und Malz verloren. Du hast aus der Erde einen blöden Ball gemacht! Du und deine hässlichen Freunde! Oh, du tust dich wohl für ganz besonders bescheuert! Sakre, blöder Supermuster, Schüler! Ich hab ja versucht, dich zu warnen. Aber es gibt schließlich immer noch einen Plan B. Rede, Cheetah! Was haben Luthor und der Joker vor? Zwing mich nicht dazu, dir die Wahrheit aus dem Hals zu wirken. Mir wär's lieber, ihr fragt selbst. Wieso glaubst du, mich würde das hier aufhalten? Aufgrund des versteckten Kryptonids natürlich. Wieso? 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 Untertitelung des ZDF, 2020